Was? Nein, nein, wir sehen uns morgen. Es ist jetzt Sonntag-Mamilag. Warum rufst du an? Du weißt es ganz genau, dass ich hier zock. Er sagt... Ich bin der Unzähl mit mir. Gut. Alles klar. Wer war das? Ein verpasst der Anruf. Wir können nicht fliegen in die Zeit. Hast du das nicht gekriegt? Oh, ja, ja. Pizzi! Pizzi! Boah, ernsthaft. Yeah, meine Pizza, meine Pizza, meine Pizza. Pizzi! Wenn Sandläute Pizza lieben. Nein. Wow, geil, Pizzi! Guten Abend, Lichy, Pizza. Wuh, meine Pizzi! Ich kann dir nie Pizza liefern. Guten Abend, total, dass es zu spät geworden ist. Kein Problem, kein Problem. Hier, der Rest ist für Sie. Danke schön, danke schön. Bis zum nächsten Mal, danke. Pizza! Das mache ich nicht. Nochmal. Warum? Ich möchte nicht, dass der Alex immer einen Handkuss gibt. Warum nicht? Warum nicht? Hey, das habe ich mir hinten gerade erzählt. Bei deinem Pizzadienst vielleicht. Ja. Ich weiß nicht, wo es ist. Es gibt sowas dabei. Es gibt sowas, wenn ich dir ansetze. Alex. Das ist jetzt nicht normal. Ja, ich weiß. Nein. Oh, meine Pizzi! Ich habe mir ein bisschen wehgetan. Spirale. Du hast eine leckere Knödel und ein paar Tschinke dabei. Viel Spaß! Kohlapizza. Schlimmste. Danke. Beste. Boah, hat das wohl eine leckere Chance. Vielleicht sieht man da nicht, dass ich aufgenommen habe. Hey, Alter! Schau dir mal dieses Mal gar keine Medaille an. Der erste ist immer schlimm. Ja. 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 Dann habe ich doch in Ordnung gelangt. Ja. Bock! Das sind wir vielleicht ein bisschen wegfrei machen. Werner, wir machen den Weg frei. Super. Was ist das? Das ist das? Ich habe gerade bei der Lasertag gewonnen. Geil, oder? Was machen wir? Das ist das? Ja, bei der GL. GL. Als Erstes ist das, oh Gott. Na, mal geklaß. Sag es einfach so, wie du es wirklich sagen würdest. Ja, genau. So wie du es seit einer Klasse hast. Genau. So, wie es jetzt so billiger. So, wie es jetzt so ein billiger Aufklar für den Titel. So machen wir es. Haben wir schon einen Schritt daheim? Du hast da schon einen Schritt daheim. Sonst können wir mich auch machen. Ich bin ganz klar zufrieden. Interessiert keine Sau. Wir sind einfach nur ein billiger Abklatsch von den Entertainern. Ganz ehrlich, kapiert ihr das nicht? Ich bin raus, ich mach mein eigenes Ding. Ich mach was Innovatives. Keiner kann. Da schaust du das. Minecraft Let's Play zum Beispiel. Entschuldigung. Sorry. Du schaust da? Ja. Steh. Da nimmt's? Ich bin sûr. Du schaust das. In Kader dropped auf. Vielen Dank.